Hallo, mein Name ist Andrea Ehrenfeld. Ich bin Oberärztin in der Asclepius-Klinik Barmbek in der Gastroenterologie und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit den Bauchorganen. Wir machen vieles, Darmspiegelung, Magenspiegelung, Gallenwegsspiegelung, aber eben auch Ultraschall. Im Ultraschall bin hauptsächlich ich tätig und ich beschäftige mich mit ihren Bauchorganen und schaue, ob ich schon von außen etwas sehen kann, was uns einen Hinweis darauf gibt, welche Erkrankung vorliegt und wie wir ihnen helfen können.